Willem hat Reisland, Oliver, Blitzer, Tino-Springer und sofort Karl Keis und auch in der ersten Instalance und dann David Gravel und Everett Scott. Und dann dort in der Liga und dann mit einem unglaublichen Vollkommission hier, William & Tyson. Perfektion, Balance, Perfektor, dann kommt von außen ein Angriff bei der Anstattung. Der Liga und der Nummer 55, meine Damen und Herren, David Gravel und Everett Scott, das ist der Dorn und nicht nur noch der Dorn, der Scheißwagen sitzt und der arme Kerl, der zittert jetzt hier. Und mein Friedrich ist hier gerade schon ein Platz gut gemacht, da sind sie da schon vorbeigefloppt auf Rang 4, halb vorgefahren. Und dann lässt er wie er stehen, umgehend, er unterhört, die vier Gefangeln. Die Hälfte ist in der Nähe des Autos. Untertitelung des ZDF, 2020